ja servus leute herzlich willkommen zu den preking elektro news der einzig wirklich seriösen informationsquelle rund um das thema e-mobilität im internet inklusive youtube und heute mit folgenden themen wird die umweltprämie haltedauer verlängert skoda enya coupé produktion gestartet toyota bz 4x ab sofort bestellbar die voreingenommenen ölnachrichten the community corner und haha i found an error auf die erste meldung von elektriff.net hat mich der zuschauer thomas hingewiesen und zwar titelt elektriff.net umweltbonus wirtschaftsministerium erwägt wohl längere haltedauer laut elektriff.net will das ministerium damit gegen den missbrauch der deutschen elektroautoförderung vorgehen das berichtet die wirtschaftswoche unter berufung eines sprechers des ministeriums es ist nicht sinn der förderung dass geförderte autos nach ablauf der mindesthalte dauer regelmäßig ins europäische ausland weiterverkauft werden und dies zu einem geschäftsmodell für händler und käufer wird und dieses problem hat das ministerium wohl mittlerweile erkannt derzeit beträgt die mindesthalte dauer sechs monate um die volle förderung von bis zu 9570 euro erhalten zu können ich muss sagen es hat relativ lange gedauert dass man diese regulierungs ja kann man es lücke nennen ich würde schon sagen lücke bis man die beim ministerium erkannt hat denn viele von euch und auch ich sind ja ein bisschen kritisch was das angeht wobei ich sage solange es die möglichkeit gibt kann man den leuten die diese möglichkeit nutzen in meinen augen auch keinen vorwurf machen das ist dann einfach geschäftssinn es aber schon so dass zum beispiel beim tesla model 3 mir schon leute geschrieben haben dass sie das auto nach sechs monaten für mehr verkauft haben als sie selbst nach abzug der umweltprämie dafür zahlen mussten und ja das ist halt alles andere als ideal auf jeden fall heißt es weiter bei elektriff.net derzeit beträgt die mindesthalte dauer sechs monate um die volle förderung erhalten zu können da die fahrzeuge dank der förderung für den kunden deutlich günstiger sind als im ausland werden viele fahrzeuge nach ablauf der mindesthalte dauer ins ausland exportiert die deutschen käufer machen dank der förderung dabei einen kleinen gewinn oder auch schon einen etwas größeren der händler kann den deutschen import gebrauchtwagen in seinem land günstiger anbieten als offizielle neuwagen es gibt deutsche händler die sich darauf spezialisiert haben solche fahrzeuge in entsprechende länder zu exportieren und die verdienen daran richtig gutes geld wie gesagt wenn das erlaubt ist kann man es nicht kritisieren es ist einfach eine lücke die geschlossen gehört auch in meinen augen wobei ich wie gesagt wenn ich die möglichkeit hätte das wahrscheinlich auch machen würde und dass dieses geschäftsmodell auch stückzahlen mäßig durchaus nennenswert ist sieht man an folgender aussage von elektriff.net stefan bratzl automobilwirtschafts professor und direktor des center of automotive management in bergisch gladbach schätzt laut dem magazin dass alleine in den ersten neun monaten des jahres 2021 30.000 e-autos ins ausland gelangt sind und jetzt kommen wir auch zu den konkreten maßnahmen die das ministerium erwägt um diesem handel einhalt zu gebieten die mindesthaltedauer im gespräch ist offenbar eine verdoppelung auf zwölf monate soll ab 2023 gelten warum nicht schon ab mitte 2022 ich verstehe es nicht bis dahin plant das wirtschaftsministerium bekanntlich ohnehin eine anpassung der förderung etwa im hinblick auf die förderhöhe oder die anforderung an plug-in hybride da soll es ja eine verschärfung geben dabei werden wir auch die thematik der mindesthaltedauer in den blick nehmen sagt der ministeriumssprecher ohne aber die zwölf monate zu bestätigen abschließend hat die wirtschaftswoche noch mal festgehalten dass das ministerium davon ausgeht dass der wertverlust eines gebrauchtwagens nach zwölf monaten deutlich höher ist als nach sechs monaten das soll den weiterverkauf ins ausland unattraktiv machen ob das ausreicht um es wirklich unattraktiv zu machen weiß ich nicht genau aber ich könnte mir auch vorstellen dass man eine verlängerung zum beispiel auf 24 monate in erwägung zieht das ist ja durchaus eine haltedauer die bei auto schon mal vorkommen soll und gerade im bereich von privatleuten ist das nicht unüblich ich persönlich bin der meinung dass man auch bei geschäftswagen verlangen könnte dass man die 24 monate hält natürlich kann niemand dazu gezwungen werden ganz klar aber wenn man schon so eine großzügige förderung zur verfügung stellt dann kann man durchaus auch mal ein bisschen strengere bedingungen daran knüpfen ist zumindest meine meinung ihr könnt ja noch mal schreiben was ihr davon haltet ja und damit auch ausreichend fahrzeuge vorhanden sind um den großen bedarf zu decken müssen natürlich auch welche produziert werden klar und die nächste meldung von elektroauto news punkt net stimmt mich freudig denn skoda startet produktion des neuen enya coupé ich hatte ja auch einen live stream gemacht zur premiere des skoda enya coupé und ich muss sagen das auto gefällt mir ausgesprochen gut das ist richtig schick geworden und deshalb freue ich mich wenn der in entsprechenden stückzahlen auf den markt kommt denn ich könnte mir vorstellen der skoda enya denn ich könnte mir vorstellen dass das skoda enya coupé sich vielleicht sogar noch mal ein ticken besser verkauft als der standard skoda enya auf jeden fall schreibt elektroauto news punkt net künftig montieren 2000 angestellte neben dem enya gewi und dem octavia auf derselben fertigungslinie zusätzlich mehr als 120 einheiten des enya coupé ev pro tag die beiden enya gewi varianten sind die einzigen modelle auf meb plattform aus dem volkswagen konzern die in europa außerhalb von deutschland vom band rollen schreibt elektroauto news punkt net elektroauto news punkt net macht dann auch noch ein paar angaben zum fahrzeug selbst so zum beispiel dass der kofferraum mit 570 litern nur geringfügig kleiner ausfällt als beim normalen enya das serienmäßige panorama glasdach ist das größte im aktuellen skoda portfolio und nimmt die gesamte dachfläche ein der luftwiderstandsbeiwert konnte im gegensatz zum enya gewi auf 0,234 cw reduziert werden und trägt damit zur hohen effizienz des enya coupé ev bei da bin ich ja mal gespannt ob ich irgendwann so ein fahrzeug auch mal auf meiner standard autobahnstrecke zum verbrauchstest organisieren kann und ob der dann wirklich so viel günstiger ist als der skoda enya ev die maximale reichweite liegt je nach ausstattung bei bis zu 545 km im wltp zyklus ich bin wie gesagt der überzeugung dass skoda mit dem coupé in schwarze trifft und sich das auto wie warmes semmeln verkaufen wird ich könnte mir auch vorstellen dass der eine oder andere volkswagen fan der normalerweise einen vw id 50 gekauft hätte oder ein q4 e-tron ja durchaus auch mal ein auge auf das coupé von skoda werfen wird denn wie man hier auf dem foto sehen kann der ist richtig schick geworden ob ich jetzt beim toyota bz 4x auch von schick sprechen möchte tue ich mich noch ein bisschen schwer mit auf jeden fall sieht das fahrzeug futuristisch aus und laut ecomento.de ist der toyota elektro bz 4x jetzt für 47.490 euro reservierbar mit anderen worten der bz 4x ist auch voll förderfähig erhält also die volle umweltprämie in höhe von 9570 euro also 3570 euro vom hersteller 6000 euro von der bundesregierung der bz 4x kommt entweder als fronttriebler oder als allradler mit bis zu 160 kW oder 218 ps die varianten sind jeweils mit einer lithium-ion batterie mit einer kapazität von 71,4 kilowattstunden ausgestattet bei der reichweite schreibt ecomento.de das toyota 450 kilometer laut wltp normen angibt das kann aber eigentlich für die front und die allradversion nicht identisch sein hier fehlen aber weitere angaben außerdem kann man nachlesen dass in rund 30 minuten der akkupack an einer 150 kw schnell ladesäule wieder zu 80 prozent aufgeladen sein soll ac laden kann der toyota mit 11 kw board ladegerät der 11 kw lader steht aber erst ab ende 2022 zur verfügung bis dahin müssen sich käufer bei ihrem jeweiligen modell mit einer ladeleistung von 6,6 kw an wechselstrom anschlüssen begnügen ja das ist nämlich ganz zeitgemäß würde ich an dieser stelle mal behaupten und ich habe die befürchtung dass es sich hier auch um einen einphasigen lade handelt und dann wäre nach schieflast verordnung sowieso nur eine ladeleistung von ich glaube maximal 4,6 kw möglich reicht zwar in der regel auch aber trotzdem die konkurrenz bietet er halt doch ein bisschen mehr aber es gibt natürlich auch richtig gute nachrichten so wird zum beispiel eine wärmepumpe serienmäßig verbaut und die batterie garantie beträgt acht jahre oder 160.000 kilometer und wenn man das fahrzeug regelmäßig warten lässt wird diese garantie auf bis zu zehn jahre von toyota erweitert und falls ihr jetzt so begeistert von dem auto seid dass ihr direkt bestellen oder reservieren wollt noch zur info wer als einer der ersten den bz4x fahren möchte kann den elektro toyota bis zum 31 märz 2022 kostenfrei zum leasen reservieren der offizielle fahrzeug vorverkauf soll im april 2022 starten und die ersten fahrzeugübergaben sollen im frühsommer 2022 erfolgen und da heißt es jetzt toyota einfach mal die daumen drücken dass der bz4x pünktlich bei den bestellern ankommt ja da kommen jetzt auch schon die vorangenommenen öl nachrichten ja auf die nachfolgende nachricht die sehr tragisch ist haben mich ganz viele zuschauer hingewiesen und ich mache mal wieder eine ausnahme von der regel dass ich normalerweise keine nachrichten mit ja verstorbenen oder schwer verletzten menschen mit rein nehme in dem fall wie gesagt meist trotzdem auf jeden fall schreibt t-online.de gewaltige explosion zerstört öltanker mehrere vermisste vor der küste nigerias ist ein öltanker mit einem fassungsvermögen von zwei millionen fass explodiert auf dem schiff sollen sich insgesamt zehn personen laut der rederei befunden haben laut einer lokalen nachrichtenagentur sollen es sogar zwölf gewesen sein bei dem schiff handelt es sich um eine sogenannte schwimmende produktions und lagereinheit schreibt t-online.de diese kommen bei offshore bohrungen zum einsatz um öl von bohrplattformen und aus bohrlöchern aufzunehmen welche menge öl die trinity spirit geladen hatte ist zurzeit unklar man kann aber so viel jetzt schon festhalten wenn man das video auch dazu gesehen hat was bei t-online.de verlinkt ist dass es eine riesige umweltsauerei eine riesige umweltkatastrophe ist und natürlich muss man leider auch davon ausgehen dass die vermissten wahrscheinlich auch verstorben sind ja und die nächste nachricht auf die mich auch ganz viele zuschauer hingewiesen haben ist nicht weniger dramatisch orf.at berichtet dass ein ölteppich ganze küstenabschnitte in thailand verschmutzt hat demnach waren im golf von thailand am dienstag nach offiziellen schätzungen rund 50.000 liter rohöl aus einem leck in einer unterwasser pipeline der star petroleum refining company ins meer gelaufen einen tag später hätte man das leck wohl stopfen können der ölteppich hatte sich über eine 47 quadratkilometer große fläche erstreckt bevor er die küste von thailand erreichte wie örtliche medien berichteten die marine und weitere hilfskräfte versuchen nun fieberhaft die strände zu säubern und den schaden einzudämmen der einsatz von chemischen dispersionsmitteln in den vergangenen tagen habe den schaden möglicherweise gemindert selbst wenn der schaden gemindert wurde das ist natürlich auch wieder eine riesige umweltkatastrophe im gegensatz dazu ist die letzte meldung zu den voreingenommenen öl nachrichten auf die mich der diddy hingewiesen hat eher harmlos allgäu hit de berichtet lkw fährt auf beton leitwand 100 liter diesel laufen aus am montag vormittag bevor ein 46 jähriger lkw fahrer mit seinem sattelzug die a96 in richtung münchen da er sich am fahrbahnteiler im baustellenbereich einem autobahnkreuz mömmingen nicht rechtzeitig für den rechten oder linken fahrstreifen entscheiden konnte fädelte er mit dem linken reifen an einer betonkleidwand ein und fuhr einige hundert meter auf ihr weiter dadurch wurde der tank des lkw aufgerissen und es flossen 100 liter diesel aus der 46 jährige wurde bei dem unfall zwar nicht verletzt sein sattelzug war jedoch nicht mehr fahrbereit der schaden wird auf rund 10.000 euro geschätzt also auch hier wieder alles andere als positiv für die umwelt ja und wie ihr euch sicherlich denken könnt bestärken mich auch diese meldung wieder in meiner überzeugung dass wir als gesellschaft zumindest mittelfristig damit aufhören sollten wertvolle rohstoffe zu verbrennen ja natürlich haben wir auch diese woche wieder gemeinsam die liste der brennenden verbrenner gepflegt hier möchte ich mich bei den zuschauern albert andreas detlev gepaard heinrich joachim claus manfred michael norbert reiner und jawus ganz herzlich bedanken die haben jeweils nachrichten in der regel aus lokalmedien zu brennen verbrennern zu kommen lassen und wir werden diese liste der brennenden verbrenner so lange weiter pflegen wie ein brennender verbrenner höchstens mal in den lokalen medien niederschlag findet während ein brennendes elektroauto wenn es denn dann in seltenen fällen überhaupt mal brennt gleich international für schlagzeilen sorgt ja da kommt jetzt auch schon die community kone ja und die erste nachricht kommt heute vom david der schreibt hallo erhabener erleuchter der dunkelheit und oben da du in den heutigen band meint ist das momentan nicht viel kommt für die community corner dachte ich ich schicke dir mal ein paar bilder von meinem x3 und dem kursa e meiner schwiegereldern da kann ich nur sagen geht hin und tue gleiches der x3 hat in einem halben jahr schon 10.000 kilometer absolviert und ich bin mit dem auto vollkommen zufrieden der kursa ist in vier monaten bisher 3000 kilometer gelaufen auch ohne vorkommnisse allerdings stellte sich schnell heraus dass er ziemlich in stromdurst für seine größe hat ja das ist ja schon bekannt und der x3 ist erstaunlich sparsam im vergleich dazu das futter dazu beziehen die beiden aus meiner 99,9 kwp pv anlage mit 64 kilowattstunden nutzbarem speicher die letztes jahr installiert wurde da bin ich ein bisschen neidisch drauf dieses jahr kommt im juni noch mal eine 29,6 kwp anlage hinzu dann habe ich noch eine anlage aus 2008 mit 52 kwp also wir haben hier mit dem david einen rechten sonnenkönig und der david ist dann auch zuversichtlich dass er mit diesen anlagen einen großteil seines verbrauchs von 75.000 kilowattstunden im jahr selbst erzeugen kann also ich vermute mal dass der david landwirt ist auf jeden fall lässt er dann grüßen aus dem schwarzwald david und wir schauen uns jetzt mal die fotos an die er mitgeschickt hat hier haben wir dann auch schon das erste foto zum x3 auflösung leider nicht ganz so toll aber man kann das auto auf jeden fall erkennen und das hat mich ja doch in meinem test sehr überrascht positiv überrascht weil es ein richtig gutes auto ist da habe ich auch haue von euch dafür bekommen dann haben wir hier noch mal den x3 in seiner garage und da natürlich auch die lademöglichkeit die hat sicherlich zum großen teil über pv strom von der eigenen pv anlage gespeist wird hier haben wir dann den kursa von den schwiegereltern und draußen an der hauswand hat der david auch noch mal zwei wallboxen das ist also ein echtes elektroauto paradies hier haben wir dann mal die anlage leider auch wieder eine ganz so tolle aus auflösung aber ich denke man kann es trotzdem erkennen wie groß die anlagen sind und wie gesagt ich gehe davon aus dass es sich um landwirtschaftlichen betrieb handelt dann hat er hier noch mal ein anschlusskabel für die pv anlagen mit geschickt damit wir mal einen eindruck bekommen wie dick die leitungen letzten endes sind und hier sehen wir dann auch noch mal den 64 kilowattstunden speicher das ist übrigens so ein gewerblicher speicher der dann auch hohe leistung wieder abgeben kann und ich könnte mir vorstellen dass er das vielleicht zur milchkühlung auch verwendet über nacht wenn dann keine sonne scheint auf jeden fall hat der david damit sicherlich ein hohes maß an autarkie für seinen betrieb gewonnen und ich kann nur sagen herzlichen glückwunsch zu den tollen anlagen zu den tollen elektroautos und allzeit knitterfreie fahrt ja und die nächste mail kommt vom reno der schreibt hi erhabenster alle erhabenen lichtbringer und erleuchter der dunkelheit verkünder des e-testaments obenster der erobenen allwissende und fehlerfreier papst der elektromobilität richtige anrede der david hat sich auch schon mühe gegeben aber das hier ist ja bisher würde ich fast sagen die beste anrede überhaupt unertätigst möchte ich vollzug melden und um vergebung bitten dass ich das erst jetzt tue am 17 12 habe ich meinen im juni bestellten id4 bekommen er soll meine b klasse die auch ein e auto war ersetzen welche ich seit 2015 fahre die b klasse hat 29 kilowattstunden und lädt mit atemberaubenden 11 kw maximal also hat er reno schon einiges an geduld in den letzten jahren bewiesen dass er mit der b klasse da ausgekommen ist was zum pendeln völlig ausreicht aber auf langstrecke doch ein wenig planung und geduld bedarf jetzt mit 77 kilowattstunden und ccs laden habe ich die gewohnte und geschätzte e-mobilität noch mal neu kennengelernt und ein erneutes gefühl von zukunft bekommen das muss jetzt dem reno sicherlich wie elektroauto mobilitäts himmel vorkommen vielen dank für deine erfrischende und kurzweilige unterhaltung und informationen grüße reno vielen dank für die mail und auch für die fotos die wir uns jetzt noch mal anschauen werden hier sehen wir also den sehr schicken vb id4 in einem knalligen rot den kann man nicht übersehen und hier hat der reno dann auch noch mal ein foto mit geschickt id4 neben der elektrischen b klasse wie gesagt da hat er wirklich geduld bewiesen er ist also ein pionier der elektromobilität und davor ziehe ich natürlich meinen hut denn ich bin ja erst 2018 mit dem kona gleichen modernes elektroauto eingestiegen also lieber reno auf jeden fall herzlichen glückwunsch zum upgrade auf den id4 das ist natürlich noch mal eine ganz andere welt und ich wünsche dir mit dem fahrzeug natürlich allzeit knitterfreie fahrt ja und die nächste mail kommt dann vom tom der schreibt hallo michael bereits letztes jahr habe ich dir mal von electric city rüsselsheim berichtet nun ist das projekt zumindest auf den opel parkplätzen abgeschlossen das ganze kann man auch bei electric punkt net noch mal nachlesen ich werde den link auch noch mal in die video beschreibung packen da ich in der nähe wohne bin ich vor ein paar wochen dort mal vorbeigefahren es ist schon ziemlich beeindruckend natürlich habe ich gleich mal mit meinem kursa alles getestet bilder im anhang wenn du mal in der nähe bist treffen wir uns dort mfg tom das machen wir auf jeden fall tom und hier haben wir dann auch mal die beeindruckenden bilder ihr seht also hier reiht sich eine ladesäule an die nächste es handelt sich sicherlich komplett um typ 2 sollen ich sehe jetzt hier keinen schnelllader ja ich gehe davon aus dass alles typ 2 ist es stehen noch nicht ganz so viele autos zum laden da aber ich gehe davon aus in den nächsten zwei drei jahren wird sich der parkplatz gut füllen hier sehen wir dann offensichtlich auch den e-courser vom tom in einem schicken blau dazu kann ich natürlich auch nur gratulieren und er hat auch noch ein zweites foto mit geschickt das ist dann vielleicht noch mal die andere richtung aufgenommen hier werden vermutlich transformatoren stehen zur versorgung der entsprechenden ladesäulen also es ist wirklich beeindruckend was da auf die beine gestellt wird deshalb vielen dank für die fotos lieber tom und ich wünsche dir natürlich auch mit deinem e-courser allzeit knitterfreie fahrt ja da kommt jetzt auch schon wäre ich nicht so ein ausgeglichener typ dessen bild im duden neben ausgeglichenheit abgebildet ist dann könnte ich mich jetzt wirklich aufregen denn ich habe schon wieder eine unfassbar hohe anzahl an falschen angeblichen error meldungen erhalten und ich zeige euch mal worum es diese woche wieder geht hier haben wir dann die diversen falschen error meldungen rzz schreibt zum beispiel hh bei 12 12 kommt dem urlaubsbedürftigen ein e über die lippen dieses e ist dann bei 12 13 auch zu hören er spielt damit auf einen namen eines stadtteils an dann tutorial schreibt auch sonnenborn heißt das wuppertal sonnenborn das sonnenborner kreuz das muss doch jeder kennen sonneborn ist der typ von die partei elektrisch abfahren schreibt i found an error es heißt wuppertal sonnenborn und nicht sonneborn gruß von einem wuppertaler wohnhaft am niederrhein und das geht so weiter und so fort und wir schauen uns gerade mal an was diese herrschaften hier wieder unterstellen hier haben wir dann die entsprechende passage der letzten ben ausgabe wz.de berichtet jetzt nach unfall auf a 46 gilt noch ein tempo limit bei wuppertal sonnenborn wir hören also eindeutig dass ich sonnenborn sage und nicht sonnenborn das ist aber natürlich kein error ich habe doch immer wieder explizit betont dass die breaking elektro news natürlich auch einen bildungsauftrag haben und in diesem zusammenhang ist natürlich auch diese aussage zum stadtteil sonnenborn aka sonnenborn zu verstehen denn es handelt sich hier um einen hinweis zur geschichte von sonnenborn denn was schreibt denn wikipedia zur ötymologie von sonnenborn der etymologische ursprung der alten ortsbezeichnung sonnborn taucht vorgeblich erstmals 874 mit der erwähnung einer basilica qua est in sunnebrunno sunnebrunno gleich sonnenbrunnen auf dieser name lässt auf eine heidnische kultstätte schließen an deren stelle eine christliche kirche errichtet wurde und genau für diesen geschichtlichen umstand wollte ich all diejenigen interessieren die den hinweis die diesen kleinen hint wie immer so schön im englischen sagt nicht verstehen 99,9 prozent kennen natürlich den etymologischen hintergrund dieser aussage aber die geringe anzahl von zuschauern die es nicht wissen dachte ich mit der nase hieraus stoßen zu können aber das hat nicht geklappt das ist aber natürlich nicht mein error sondern das ist dem mangelnden interesse dieser error meldung an geschichte zuzuschreiben und deshalb bleibt es natürlich dabei dass die breaking elektro news absolut fehlerfrei und perfekt sind ja und an dieser stelle möchte ich mich wie immer bei allen zuschauern bedanken die mir nachrichten zum thema elektromobilität etc haben zukommen lassen ohne euch wären die breaking elektro news nicht möglich deshalb vielen herzlichen dank ansonsten soll es das für die heutige ausgabe gewesen sein wenn ihr fragen habt anregungen oder kritik wie immer unten gerne in die kommentare wenn es euch gefallen hat lasst einen daumen hoch da und abo ist ja wohl obligatorisch sonst verpasst ihr die nächste band ausgabe ausgabe